Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Plants vs. Zombies 2. So, nachdem wir in der letzten Folge so ein bisschen Endlos-Modus gemacht haben, machen wir heute mal wieder ein normales Level. SOS, ein Pflanzennotruf über das Bananentelefon. Bananentelefon? In alten Ägypten? Sie sind leichte Beute, wenn wir ihnen nicht helfen, lass uns hier Wurzeln schlagen und sie retten. Überlebe und schütze die bedrohten Pflanzen. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ach, du Schande. So, wir brauchen auf alle Fälle das hier. Die Nüsse brauchen wir, die Grabfresser brauchen wir, das Ding brauchen wir. Das brauchen wir und dann brauchen wir die noch. Eigentlich bräuchten wir die auch noch, ne? Ich kann aber sonst nichts da lassen und mit drei Sonnenblumen wird das nichts. Definitiv nicht. Ja, dann müssen wir es so probieren. Los geht's! Wenn wirklich, müssen wir es eben neu probieren. Ich bräuchte endlich mal hier einen neuen Platz, ne? So, und ich hoffe mal, dass die ersten Zombies hier... Es war ja klar, dass das Ding hier oben kommt, ne? Aber zumindest sollten wir kein Sonnenproblem haben, wenn ich hier die ganze Reihe noch mit Sonnen zu klastere. Klastere? Zu pflastere! So! Du musst sterben. Hätte ich das Ding gar nicht mitnehmen müssen. Dann hätte ich mir die Drachenpflanzen mitnehmen können, aber ja, ne? So, einmal das Ding hier hin. Hier brauchen wir was. Genauso wie hier. Die Nüsse dürfen nicht allzu viel abbekommen. So, bist du bald fertig? So, jetzt haben wir hier zumindest schon mal einen kleinen Schutz. Und dann würde ich doch glatt sagen, wir hauen hier erst mal so ein Ding hin. Mein Spezialdünger. Und dann am besten hier noch, denn da haben wir noch nix. Ärgerlich wird sie nur, wenn die anfangen hier... Ach, die Scheiße. Äh, meine Sonnen zu klauen. Genau das meinte ich. Äh, ich... Ich muss. Ich muss. Ich muss. Ich muss, ich muss, ich muss. Äh, so, hier hin. Lass doch mal meine Sonnen in Ruhe. Brauch mal eine Nuss hier. Komm schon. So. Hätten wir das ja schon mal abgesichert. Dann am besten hier noch. Na komm. Aber das könnte nicht so einfach werden. Hier. Ja, nur noch einen. Ähm, ja. Da muss ich nur aufpassen, wenn die erste Nuss weg ist, ne? Oh, oh, oh. Oh. Knuspert der jetzt an der Nuss oder an meiner Blume? Oh, oh Gott. Ich glaube wirklich, dass ich hier meine Feuerpflanzen brauche. Ganz dringend. Weiß nicht, ob ich das so jetzt noch schaffe, ne? Oh. Gerade jetzt natürlich da oben, ne? Wenn sie hier durchrennen, ist mir das eigentlich relativ egal. Aber da oben ist schon wieder. Ne, ich brauche definitiv meine... Meine, meine Drachenpflanze. Nooo. Die Zombies haben deine Pflanze... Ja sag mal, geht's noch? So ein Arsch hier. Schon wieder einmal durchs Wohnzimmer gefahren. Äh, durchs Wohnzimmer. Durchs Zockerzimmer gefahren. So, okay. Auf Neues. Wobei natürlich hier die Unendnisse, ne? Die wären natürlich hier richtig gut. So, wir brauchen das hier, das hier, das hier, das hier, das hier und das hier. Los geht's. Auf Neues. Wir kriegen das jetzt hin. Ich weiß das. So, fangen wir gleich mal so an. Das ist, denke ich, die beste Taktik. Oh, vergessen Sonnenblumen zu setzen. Na komm, Sonnen. Zack. So, das Grab da unten muss weg. Nächste Nuss. Wobei ich ja da unbedingt davor auch was hinpacken muss, ne? Ach ne, so, so wollte ich das nicht. So, das Grab noch weg. Dann würde ich ja fast sagen, wir sparen uns heute mal die... Äh, könntest du den bitte tot machen? So, hier einen hin. Oh Gott, wir haben da unten nix. Mach sie tot, mach sie tot. Jetzt fängt es auch noch draußen zu stürmen an. So. Die Grundversorgung haben wir schon mal. Hier muss auf alle Fälle eine Nuss hin, wegen dem... ...einen Fussel hier. Werden wir doch hier unten... Na klar. Klau mir nur... Klau mir nur meine Sonnen. Mir kann man sie ja machen. So. Dann hier noch eine hin. Eine muss hier oben noch hin. Nein! Oh Gott. Die konnte ich natürlich sofort wieder wegmachen. Das war jetzt hier verschwendetes Geld. So. Und dann würde ich da fast sagen, wieso fehlt denn hier noch eine Sonnenblume? Oh Mann. Blazes hast du gut gemacht. So. So sollte das eigentlich jetzt besser laufen. Komm schon. No risk, no fun. Komm schon, weniger cooldown. Diese Sonnendiebe, ne? Die sind echt furchtbar. No. Läuft besser. Läuft besser. Viel, viel besser. So, und da hätten wir noch ein Spezialdinger zur Not, dass unsere Drachenpflanzen hier vorne was machen können. Eigentlich überlege ich jetzt gerade. So. Zack. Da können wir mal vorsichtshalber die Nuss hier hinstellen oder in die Hand nehmen. Aber die hält eigentlich noch ein bisschen. Dann, äh, einmal hier das Ding weg. Und den hier hinsetzen. So, das freut mir natürlich noch ein zweites Spezialdinger. Ich sehe meine Maus schon wieder nicht mehr. Hier. Oh, oh, oh. Nein. Boah, gerade noch gesehen. Wenn man seine Maus halt hier ab und zu sehen würde. Also, das Level war jetzt schon ein bisschen anstrengend, ne? Aber nur ein ganz klein wenig. Neues Kostüm, aber für eine Pflanze, die ich eigentlich eher Salten hernehme, ne? Okay, ähm, dann würde ich doch fast sagen, einmal du hier. So, wie viel kostet das? 20 kostet die nächste. Okay. Okay, aber bevor es jetzt hier weitergeht, dann würde ich fast sagen, oh, da wäre, ne, wir müssen weitermachen. Da gibt es einen Spezialdinger plus, aber auf der anderen Seite. Das wäre halt vier Spezialdinger für den Endlosmodus, wäre schon richtig nice, ne? Ach, kommt, wir probieren's. Ordne die Symbole richtig an, um die, oh, wieder Zombie-Memory. So, du warst hier, dann werden wir gleich nochmal so gucken. Nein. Na klar, und für den, der wohl am weitesten vorne ist, ist jetzt natürlich nix mehr da, ne? Sagen wir mal, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Na, endlich. So, einmal hier gucken. So, zack, zack, zack. Äh, Sonne war hier eine? Ne, Sonne war hier oben eine. Totenkopf? Vielleicht? Dankeschön. Wollen wir hier auch noch die Blume mitnehmen, ne? Ah, nee. Das wollte ich doch. Wieder verklickt hier. So, und das war das hier. Das war ein Mütchen. Hier war die Sonne. Ach, hier wär auch eine gewesen, ne? Äh, hier. Ich bräuchte mal ne Sonne. Ja, ist schon gut. Äh, jetzt hab ich gleich wieder ein Problem, ne? Oh Gott, das war knapp. So, und das passt auch. So, den hatten wir hier nicht irgendwo einen Totenkopf. Sonne. Äh, halt, wo war, wo waren der jetzt? Passt hier noch irgendwas zusammen? Ich brau, ich brau ein Pinöppel. Boah. Eine Sonne, bitte. Oh Gott. Das geht in die Finger, sag ich euch. Aber so richtig. So, ich denke eh, wir sind jetzt bei 14,25. Wir werden jetzt noch einmal in den Zen-Garten gehen, dann werde ich für heute auch Feierabend machen, denn ich glaube, es kommt jetzt gleich ein richtig schönes Gewitter. Ähm, am besten auf dich. Einmal kratzen, bitte, dankeschön. So, dann geht's einmal zurück zur Welt. Ähm, ja. Ja, ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Plants vs. Zombie 2. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.